Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag unseres Nordirland Roadtrips aus Dublin. Aus dem Hard Rock Café Museum. War ich auch noch nie mit ganz viel Technik auf meinem Bett. Die meisten sind schon abgereist. Es bleiben nur noch zwei hier, Dennis und ich. Wir haben einen späteren Flug und haben uns gedacht, die Zeit, die wir haben, können wir doch vielleicht noch nutzen. Aber erst mal Frühstück. Jetzt muss man, um zum Restaurant zu kommen, über so eine Brücke laufen. Passtens zum Hard Rock Café slash Hotel entsprechend eingerichtet. Oh, der erste Blick auf Dublin. Das Frühstück ist da. Bam. Was machen wir heute, Bram? Wir machen gleich Bushopping und das wird super lustig, weil wir haben nämlich schon Tickets. Vielleicht ist das da vorne unsere Bushaltestelle, vielleicht aber nicht, wir werden es herausfinden. Und wir haben ungefähr jetzt nach dem Frühstück vier Stunden Zeit, plus minus ein paar Minuten, um Dublin noch mal ein bisschen zu erkunden, zu auf eigene Faust. Und was wir machen werden, ist, wir werden auf diesen Bus hoppen, irgendwo an einer Stelle rausspringen, weil wir sagen, hier sieht es ganz cool aus. Unsere Aufgabe ist dann, ein Bier zu finden. Ein Bier zu finden. Deswegen brauchen wir Grundlage. Okay, first stop ist Dublin Castle, weil das ist direkt vor unserem Hotel. Du meinst, da sind wir als erstes hingereist. Da sind wir als erstes hingereist. Ja, ja, wir sind noch nicht im Bus gewesen, sonst hätten wir euch das natürlich gezeigt. Aber Bram ist direkt mal aufgefallen, dass die super viele Fahnenmaste haben, aber davon irgendwie nur vier bespielen. Was soll die Scheiße? Aber, ja, pass auf, Flaggen. Irland erkenne ich. Wir haben EU, Ukraine, hätte ich jetzt gesagt. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Teil der Rainbow Flagge, oder? Ja, das sieht wirklich aus wie die Rainbow Flagge. Aber das ist der andere Teil? Oder ist das alles Rainbow Flagge? Oder haben die vielleicht eine andere Rainbow Flagge als wir? Die irische Rainbow Flagge. Ich meine, kann natürlich sein. Ist die Regenbogenflagge überhaupt international so, oder gibt es vielleicht so lokale Abwandlungen? Also sollte ja schon international sein. Das ist das Wichtigste von Dublin Castle. Wir sind jetzt hier an unserem Hop-On-Hop-Off-Ding. Und das ist mega geil. Ich kann anhand der App erkennen, also das ist hier keine Werbung, aber ich bin einfach begeistert. Ich kann anhand der App erkennen, dass der Busfahrer gerade bei der 8 ist und kurz vor der 9. Wir sind nämlich hier die 9. Wir starten bei der 9. Und unser nächster Stopp wäre die Christchurch Cathedral. Meinst du, wir bekommen in der Nähe der Kathedrale um 10.34 Uhr unser erstes Bier? Nee, aber vielleicht ein Messwein. Er ist da! Ah, okay. Danke. Aber der falsche Bus. Aber der ist doch Big Bus. Aber der hat gesagt, das sind die roten Busse. Aber der Bus ist doch rot. Der ist verarscht. Er hat gesagt, er ist weiter in die Richtung. Was hast du denn du für ein Ticket? Worldwide Sightseeing. Hop-On-Hop-Off-Double. Aber das ist Big Bus, Dublin. Das ist Big Bus, Dublin. Das ist ja beschissen. Ich kaufe jetzt Big Bus. Aber jetzt müssen wir wieder warten. Das wusste ich doch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Aber der hat ja auch nicht gesagt so. Ja, aber du kannst ja auch für 6 Dollar, Euro, Entschuldigung, einfach bei uns mitfahren. Kannst du hier kaufen, easy. Ja, Big Bus, Dublin. Und können eure Mitarbeiter nochmal schulen. Der hätte jetzt gerade einfach mal schön zwei Gäste noch zurecht gehabt. Also die f*** die jetzt auch so. Aber andere hätten dann gesagt, nein. Und eure Busse sind auch rot. Ja, ohne Buss, Alter. Lasst auch dem Busfahrer nicht sagen, steig doch auf den roten Bus, wenn du in einem roten Bus bist. Okay, I did it. Das ist die Facecam-Perspektive, die Peter eigentlich gemacht hat. Also das ist Peter das Handy. Wissen viele gar nicht, aber drückt da vorne, das ist eins von deinen Lieblingsläden. Da auch. The Oak. Ich f*** das auch gut. So, wir werden auf jeden Fall jetzt ein Stück dieser Straße folgen. Ich meine, wir haben jetzt Big Bus Tickets, aber das Problem ist, die kommen nur alle 20 Minuten. Und dann kam der smarte Peter auf die Idee, lass doch mal ein Stück in die Richtung laufen, wo die roten, roten Busse sind. Um da halt auch drauf zu hoppen, weil dafür haben wir ja auch ein Ticket. Aber die kommen nur alle 45 Minuten. Ja, aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Außerdem laufen wir so dem anderen Bus entgegen. Ja. Ist da vorne schon die 8? Da vorne ist die 8. Wo war denn jetzt hier von den anderen, wo ich erst gekauft habe und reingefallen bin, ein Stopp dazwischen? Ja, wir werden das rausfinden. Oder, der hat uns komplett gescammt. Ich glaub nämlich auch. Aus welchen Gründen auch immer. Die ganzen Pubs haben übrigens zu. Ja. Wieso haben die um 10 Uhr morgens zu? Wir wollen doch Bier haben. Eine Sache, die ich wirklich faszinierend finde. Da steht jetzt gerade 6 Minuten noch, bis der nächste Bus kommt. Rose Mall oder so. Aber, da steht auch ganz oft dran, 6 Nom oder Nömpen oder so. Ja, Nom jetzt. Direkt an... Nom, Nom, Nom. Nom, Nom, Nom oder Nömpen oder so. Direkt ans British Empire angrenzt und Englisch gefühlt so immer die Sprache ist, die jeder mit diesem Land verbindet. Aber deren echte Sprache ist halt Gaelisch. Das ist mega cool. Das ist übrigens noch eine Bus hier. Du Dublin. Und was machen wir damit? Gar nichts, weil dafür haben wir kein Ticket. Wir können... Aber der wäre jetzt hier. Ja, aber wir haben kein Ticket für den Grün. Ja, nur ein Ticket für den einen Roten und den anderen Roten, den es, glaub ich, nicht gibt. Weil dafür haben wir noch keinen Bus Stop gefunden. Okay. Wir gucken mal, was wir machen. Was ist denn da gerade angekommen? Es gibt ein kleines Update. Peter und ich verstehen ja immer noch. Die Busse, die kommen sollten, der ist ebenfalls abgebogen. Wir haben auf der F jetzt auch... Einer fährt auch außerhalb der Route. Also vielleicht wurde der gehijackt oder so. Wir sind uns nicht sicher. Die andere Busstation haben wir auch nicht gefunden für das andere Rot. Dann gibt es die grünen Busse noch. Davon haben wir einen gesehen. Aber der Bus ist jetzt abgefahren. Also wollen wir auch nicht machen. So, wir überlegen jetzt. In ein paar Minuten ist 11 Uhr. Dann machen wir die Pads auf. Um 11 Uhr haben wir diese Zwischenzeit recherchiert. Ich habe die Zeit wenigstens sinnvoll genutzt. Ja, und ob man dann nicht auf der anderen Schlossseite hat, haben wir einen Pappgips zu testen und da einen Bus warten. Der Bus ist jetzt durchsichtig gefahren in meiner Überzicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir warten kurz auf den roten Bus. Da ist der andere Bus, aber der ist an uns vorbeigefahren. Ja, wo hinten der? Wir haben die Station nicht gesehen. Da vorne ist doch schon wieder die neuen. Also wirklich letztlich da vorne. Hinter dem Balkon. Wir werden den ja auch nicht einholen. Also logischerweise, wenn der jetzt weiter fährt. Vielleicht hält der da vorne. Ja, da braucht man gar nicht rennen. Das schaffen wir never. Oh mein Gott, das ratzt du aus. Ja, guck mal, das ist unser Hotel wieder. Guck mal, der liegt genau da. Aber warum hat uns der andere Rote denn beschissen? Ja, jetzt hörte weg. Alter, leck mich doch am Arsch. Aber der andere Fahrer hat uns in die andere Richtung geschickt. Das ist die zwei. Von City Hopping. Der Penner. Guck mal, ich weiß nicht. Alter, wie viele City Hopping-Shippinger gibt es denn? Aber da war unsere neun. Hat er sich vertan? Oder hat er gesagt, kann dir auslegen? Nein, der hat in die Richtung gezeigt. Ich schwör. Ich dachte, er... In die Richtung hat er gezeigt. Ach so, ja. Ich komme immer noch auf der zwei. So, jetzt gehen wir nochmal zur neun. Und warten weiter hinauf. In der Zeit hätten wir die komplette Strecke schon laufen. Können wir nicht einfach für die Grünen auch noch ein Tipp? Oh Mann, ey. Unser kommt jetzt sofort. Ja, jetzt. Echt jetzt? Ist das unser? Ja. Das ist bestimmt ein Scam, oder? Ich muss jetzt hier mit den Tickets erstmal klarkommen. Der hält an der acht. Das heißt, der hält auch an der neun. So, da kommen wir. Ich habe auch die richtigen Tickets gerade rausgesucht. Big Bus ist das. Big Bus. Big D. Ja. Big Bus. So, jetzt. Jetzt aber. Jetzt aber. Gehen wir nach oben? Wir fahren bis elf, wa? Wir fahren bis elf. Natürlich hält der da froh an. Hallo. Vielen Dank. Wir sitzen auf dem Buss. Lecker. Geil. So, wir fahren jetzt bis zu elf. Also zwei Stationen. Ich laufe nicht. Egal, das war's. Wir sind ziemlich gelaufen. So, kurz Geschichte. St. Patrick's Cathedral. Mega krass. Boah, wo ist die Bar? Ich suche. Okay, da links. Dann müssen wir hier gleich wieder hin. Erstmal Bier und dann können wir uns die Kirche angucken. Kathedrale machen. Hier ist die erste Bar. Die vierte Ecke. Bar. Schwör bei Gott. Schwör bei Gott. The fourth corner hat laut Google Maps ab elf Uhr offen. Außer Samstags. Nee, Samstag, elf bis null Uhr dreißig. Hä? So, ein Bus, ne? Ich warte. Die heizigen beiden Pubs in direkter Nähe hier. Die, die um zwölf öffnet. Und die, die angeblich schon offen hat. Aber nicht offen hat. Also fahren wir zu zwölf. Nachdem wir recherchiert haben, wie wir am besten jetzt an Bier kommen. Es ist aufgefallen, dass die roten Linien jetzt alle außerhalb der Stadt machen und erst hinten wieder reinkommen würden. Wir wollen aber statt Richtung elf oder zwölf, wobei wir eigentlich Richtung fünf oder sechs. Weil da sind die Pubs. Genau. Also werden wir jetzt zu dieser Bushaltestation laufen. Und uns da ein Ticket kaufen. Für den richtigen Linienbus, nicht den Touribus. Und fahren damit zurück zu Richtung Dublin Castle. Und dann noch ein Stück weiter, um dann da auszusteigen und in den Pubs zu gehen. Ja, Mann. Das ist Freifeldmutig. Ich meine, wir haben jetzt auch mittlerweile erst Stunde fünfzehn unterwegs. Alles gut. So, sehr gut. Wir steigen ein. Hi. Two for Dame Streets, two for Dame Streets. Ja. Dann kann ich dich. Toll, don't take now. Oh, shit. Okay. So, we go. Dame Streets. Okay, was war das Problem? Das Problem war, es wurden keine Scheine genommen. Und ich hatte nicht genug Geld, um für uns beide 1,70 Euro zu zahlen, sondern nur Scheine. Und das, was der Busfahrer gemacht hat, drauf geschissen, geh einfach durch. Warum nehmen wir hier keine Scheine an? Da sind wir gestartet. Bei der Neuen. Hier sind wir wieder bei Dublin Castle. Einen fahren wir noch. Ja, wir fahren. Wir fahren noch. Wir fahren noch. Da auf der linken Seite ist unser Hotel. Da will ich jetzt aber gerade nicht hinfilmen, weil alle Leute sind. Oh mein Gott. So, wir sind jetzt Dame Street. Also dementsprechend bei der 7. Und wir laufen jetzt Richtung 8 wieder. Ein Stück, weil der Bus natürlich zu weit gefahren ist. Und da haben wir einen Pub gesehen, der hat der offen. Genau. Und da versuchen wir jetzt endlich unser erstes Bier zu bekommen. Leck, um hier. Oh mein Gott, hier ist auch einer, der offen hat. Trinity Venue. Ja, so fair. Okay, Trinity Venue, let's go. Wir haben den ehesten Pub gefunden. Mehr. Hallo. Hallo. Hi. Breakfast, Drinks. 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 Do you know what you like? Guinness. To Guinness. Yeah. Thank you. Okay. Bram. Jetzt erst mal ein schönes Guinness. Ja, das ist unfassbar. So. Aber es sind so viele Leute gerade am saufen. Ja. Das ist, ich bin auch überrascht. Hinter mir sind so richtig viele. Ich gehe mal Bram die Kamera. Da kann ja Marc was hin. Ganz kurz. Hier bist alle. Ja, es geht rein. Ganz schön viele Leute da gerade schon am saufen. Aber was man sagen muss, hat auf jeden Fall auch Charme in die Stadt. Irgendwie. Also sie ist halt dreckig und alt und so mit den Flors, die die halt hat. Aber man fühlt sich zum, also ich fühle mich zumindest auch nicht unsicher. Nee, ich fühle mich voll ruhig. Alter, alle wollen ein Bier trinken. Ist doch perfekt. Der Nachteil beim Guinness ist, haben wir jetzt gelernt, kannst du nicht direkt saufen. Der muss jetzt erst stehen. Und nachdem, was wir gelernt haben, hat die das ja jetzt quasi in einmal voll gemacht. Aber eigentlich müsste es ja quasi bis runter den Strich. Das stimmt. 45 Grad. Dann stehen. Und dann der Refill passiert. Ja, aber man muss warten, bis alles dunkel ist und da keine Wellenbewegung mehr stattfindet. Du hast quasi Reinschaum und schwarzes Bier. Und dann ist ready. Ungefähr fünf Meter neben unserem Hotel. Trinken und feiern das, das geht jetzt. Nachdem wir für zwei Buslinien und Tickets haben, die öffentliche Verkehrsmittel genommen haben, gelaufen sind und da ist unser Hotel. Ja, jetzt aber. Prost. Prost. Schmeckt nach Sieg. Oh yeah, baby. Bier alle, alle. Ram ist schon ready. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, einfach zu Fuß zu gehen. Einfach in die Innenstadt von Dublin noch ein bisschen den Vibe genießen. Der macht den Busfahrer. Ein bisschen den Vibe genießen und vielleicht uns noch an eine Bar setzen. Ja, wir dachten uns, wir schalten die Lokalwirtschaft, indem wir uns erstmal die Tickets alle kaufen. Ja, das hat man dann nicht benutzt. Doch, wobei, wir haben benutzt. Ja, genau, wir haben auch benutzt. Nur die Hop-On, Hop-Off haben wir überhaupt nichts gebracht. Die einzigen, die uns eigentlich geholfen haben, sind die städtischen. Die städtischen? Die städtischen sind echt cool. Die mussten wir nicht mehr bezahlen. Genau. Wir sind nochmal ein Stück weitergezogen und zwar in The Old Stands. Auch eine kleine süße, eine kleine süße Kappe direkt hier so am Rand an der Straße. Das ist direkt so eine Kreuzung, hier laufen richtig viele Leute vorbei. Hier kann man echt gut mit Menschen kommen. Ja, ich kann schon mal sagen, die hat das Guinness genauso gemacht, wie wir das in der Brauerei gelernt haben. Ah, hach! Die hat das dann erst nebengestellt, dann hat die mein Cider gemacht. Danach hat die auch mit dem Ding oben nach hinten den Rest ausgeformt. Ein Leisenstein. Ja, ich habe mir dieses mal Cider gegönnt und es ist jetzt 12 und noch was. Ich warte auf mein Guinness noch ein bisschen. Ah! Okay, wir sitzen immer noch hier. Wir sind ein bisschen versackt, ehrlicherweise. Wir haben auch sehr nette Menschen aus Australien kennengelernt. Die wir jetzt aber nicht zeigen werden. Aber Sarah, Jane und Matt haben uns jetzt gerade schon auf unser zweites oder? Nein, drittes. Das ist unser viertes insgesamt schon, oder? Ja, das war ein Fehler. Und wir haben jetzt... Fünel nach eins. Aber wir unterhalten uns schön und hier werden wir jetzt bleiben, bis wir zum Flughafen fahren müssen. Dann kotzen wir ins Flugzeug. Dann kotzen wir ins Flugzeug. So sieht es nämlich aus. Aber gut, wir haben jetzt nicht so viel von Dublin gesehen, aber nette Leute kennengelernt. Zwei Straßen. Aber wir sind bis zu St. Patrick's Cathedral gefahren. Das ist richtig, aber wenn wir da vorne bis zur Straße, auf der rechts, da ist unser Hotel. Da wollen wir nicht drüber reden. Wir sehen uns wieder auf dem Weg zum Flughafen oder so. Bis gleich. Bis gleich. Alter. So, wir haben jetzt 14 Uhr. Wir haben 14 Uhr. Wir schnappen uns jetzt ein Taxi sofort. Ich bin leicht am Nuddeln. Alter, ganz ehrlich, wir haben 14 Uhr, ich habe vier Bier drin, Alter. Vier Pints. Wichtig, Irish Pints sind mehr als ein halber Liter. Ja, so 538 oder noch was. Ja, genau. Irgendwie so. Also diese Australier, die waren so lieb, aber die haben uns auch noch zum Trinken herausgefordert. Die meinten, wir sind doch Deutsche. Ja, da musst du doch mithalten. Ja, da musst du noch mithalten. Und dann warst du 20 vor. Wir sind so gerne, wir trinken keins mehr. Und dann sind zwei Neu. Ja, aber dann hat Sarah Jane gesagt, hallo, ich trinke aber mehr und dann schafft ihr das etwa nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir halt noch einen Drink. Und dann haben wir das noch weggekippt und jetzt, boah, alter Vater, ey. Naja, das kann auch mal sein. Aber war nice. Ja, war nice. Nette Leute. Ich habe noch diese beiden netten auch kennengelernt, gerade aus Texas. Ach, aus Texas? Ja. Aber mit denen habe ich gar nicht gesprochen. Boah. Echt? Kurz im Hotellauf ein bisschen nüchtern werden. Und dann bin ich echt froh, dass wir ein Taxi haben, weil die ganze Zeit, Autofahren ist nicht. Ja, definitiv nicht. Okay. Oh Gott. Wir fahren dann mal. Okay. Mein Gott. Alles gut. Das war der Taxi. Hat uns hier hingebracht, sicher. Alter, wir sind voll besoffen. Ah, geht. Ja. Ich kann auch noch einen checken. Ich hätte jetzt gern... Wir. Ja. Wir gucken mal ganz kurz. Wir sind gleich wieder da. Das ist schon, wo wir jetzt sind. Der Air Lingus nach Berlin um 17.55 Uhr ist doch unser richtiger. Da. Ja, EE336. Ja, das ist ja 29.56. Da ist 26. Da ist 26. Also müssen wir... Das ist dann... Mehr so in die Richtung. Ja, 29.56 Uhr. 29.56 Uhr. Ja, das ist doch easy snack. Ja. Ich warte auf dich. Dann weiter. Alter, wie er mir einfach zuschiebt. Okay, Bram ist leer. Wir müssen gleich oben wieder nachbrechen. Da ist Air Lingus. Kann die einfach selbst check in? Ja, aber check in sind wir. Wir müssen den scheiß Koffer abgeben. Das ist das Problem. Da ist Backdrop. Air Lingus Backdrop. Warte mal, da vorne ist so eine junge Frau, die wir fragen können. Can you see some jeans here? For luggage? Yes, for your luggage. And where do we put our luggage? Once you have your tags, you bring them to Backdrop. Das ist mega. Okay. Awesome. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Okay, also. Wir können hier einfach selber den Shit einchecken. For bag tag. Place bag on scale. Steht da. Da ist gerade richtig krasse... Okay, dann place ich doch mal die bag. Tag. Please scan a boarding path. Retreating your reservation. Agree. Hab ich gemacht. Tag attached. Oh shit. Fuck me. Okay, jetzt ist der nächste. Alright. This way, back with dispatcher. Tschüss. Tschüss. Hi. Tag receive. Er sagt, es wird mit Gepäckaufgabe. Zack. Hab ich abgeschickt. Bam. Das war alles. Das hat irgendwie... Zwei Minuten. Jetzt haben wir noch drei Stunden. Alter. Okay, lass mal einen Blick auf die Security werfen. Vielleicht. Er hat noch Big Bus D. Bus Scheiß dabei. Ja, den haben wir verschenkt by the way. Stimmt, wir haben die Tickets an die Australier gegeben, mit denen wir uns besoffen haben. Weil die wollten heute... Mit denen wir ein Bier genossen haben. Ja, oder mehrere. Die haben mich voll zur Trinkic Challenge rausgefordert. Und ich hab die annihilated. Mein Gott, wir haben ja richtig Stress. Ja, komm. So ist die Chance. Fehler. Rein oder nicht? Tschüss. Weil das Problem ist beim Reisen ist jetzt gerade an dieser Stelle, so hast du im Kopf, gerade ist gar nichts. Also ist in zwei Stunden wahrscheinlich auch nichts. Das heißt halt nicht. Aber was ist, wenn in zwei Stunden hier alle voll stehen? Und dann kommen wir hin und denken, scheiße, wir sind gefickt. Was hältst du davon, wir haben jetzt sieben vor drei, wenn wir um vier Uhr wieder hier stehen und wir gehen kurz was essen. Okay, klingt gut. Das ist eine Stunde. Haben wir immer noch zwei Stunden oder ist das jetzt so knapp? Nein, ist mir nicht so knapp. Food Court? Rechts. Da, Food. Ich bin sehr gespannt, ich zeig's euch noch nicht. Food Village? LOL. Danke, ich fand Spaß. Wir haben auf jeden Fall einen Starbucks da hinten. Also ich sag's so wit ist, das andere Essen war... Also das andere Terminal sah beschissener aus, aber das ist trotzdem nicht viel besser. Das ist es. Tja, haben wir uns verbremst. Die Frage ist jetzt, willst du hier essen oder rüber gehen? Wir wissen ja nicht, was hinter der Sicherheitskontrolle ist. Kamera-Akku sagt nein, wir sind fertig. Es gab eine leichte Misskommunikation. Ich habe so einen Chickenburger mit Pommes geholt und Bram hat sich Fisch mit Pommes und Erzen geholt und einen Chickenburger mit Pommes. Es gab da wohl eine leichte Misskommunikation. Jetzt steht hier da hinten. Und holen uns nochmal zwei Guinness, weil wir hatten definitiv noch nicht genug zu trinken. Und dann gucken wir, ob wir wieder zurückkommen zu Terminal 2, weil das war ein weirder Weg. Wir haben zum Flugzeug geschafft. Oh yeah. Wir haben unseren Flug bekommen, alles ist gut. Und wir fliegen jetzt nach Berlin. Okay, das ist wie so ein Horrorfilm. Okay, wir haben es nach Deutschland geschafft. Yay, yay. Das war weiter. Das war eine sehr coole Reise nach Irland und Nordirland vor allen Dingen. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Berlin. Das war heute auch ein lustiger Tag. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ab jetzt wieder ein normales Programm. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020